einen wunderschönen guten hallo meine liebe freunde hier auf youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren folge zieht ihr die heroes zusammen mit dalu balui early boy julie bürste kundran maro maxi meckfleit auto pain und eine katze mit einer säge in so einem raum ich habe mich haben ich glaube in der nähe von der von toto solltest du oben bleiben ja ist in dem fass raum ich bin verletzt da oben ja es sind dinge passiert ich habe seine dna thomas zug er ist im katzenklo eine der closest die traiter falle übrigens aufpassen ich liebe warum liegt eine leiche mitten in der bowlinghalle und warum gefirbt ihr sie dann nicht weil für uns war das klar wäre das der trader lebt noch ist immer noch hinten links in den räumen in den trader räumen irgendwen mcfly hat jemanden gekillt ja wo liegt die leiche genau vor den treten vor den vor den fressen kommt hin ich habe den es wird items sein ja das ist auch so ja es ist eine gleiche aber ja gerade gefördert hat auto erschossen okay und auch balui damit gekillt wahrscheinlich irgendwie man auch pain erschossen der auch in der kammer lag oder sein aber sehr wahrscheinlich noch im sidekick obwohl pain trifft oft nicht oh leute oh fuck wem kam die hä? wo? die ich überhaupt aktiviert? die kam von maro hey 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 hallo wer schießt hier auf mich? warum schießt hier auf mich? wenn early sich aber wundert ja ja dann muss er auf C sein auf dich ging die holy ähm okay mcfly hat items gemacht early wenn du inno bist wenn du inno bist early und du wirst angeschossen dann würdest du eigentlich immer direkt sagen xy ist es nur der trader würde fragen oder man hat mich nicht gesehen ja aber aber ja ich weiß was du der trader wundert sich warum man angeschossen wird oh god help wo bist du? hab ihn nein ich beschwär mich als inno wenn ich nicht weise lemon launcher von irgendeinem achso ich treffe nicht von mir du bist ja voll gemein du kriegst dich ich war nur von der kompaste mit lemon bei dem lemon launcher der arme blauli da wollte der blauli ja ich schieß aber der kompaste mit da wollte der blauli uns irgendwas tolles zeig juhu ich wollte eine baluli mal zu ja dann darf ich das nicht das war voll assig von dir du wolltest was tolles zeig dann warst du tot ich habe maxi ich habe maxi nicht erwischt ich habe maxi nicht erwischt er hatte einen schuss mehr ausgehalten als ich habe das darf ich katze random killen mach halt komm ran au ich glaube hat er oder nein hat jemand auf mich geschossen aber items hat au gesagt aber kein damage bekommen ja warte mal hast du mich gerade zum sidekick geschossen ja also Moment die haben uns nicht erwischt anscheinend schon wartet mal 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 also wenn das der Fall ist dann habe ich was superstranges gerade naja was denn erzählen wir die Geschichte weiter ok Dalu Dalu ich beantworte dir die Geschichte ganz einfach ok du hast gerade den Schuss gesehen oder ne also aber du hast den Schuss gehört du stehst neben mir Dalu schieß mir in den Kopf es ist kein Mist ich habe keinen Miro was nein will ich nicht doch komm her ich will dass du da mir in den Kopf schießt schießt mir in den Kopf ich bin Glockwerk guck ich habe Glockwerk angemacht schießt mir in den Kopf schießt mir in den Kopf schießt mir in den Kopf siehst du ich bin kein Sidekick gewesen er ist wiederbelebt er war noch hast du wieder schossen deswegen und wenn das ein Sidekick Schuss war dann war das strange vorher vorher übrigens auch pain auf einem mit der golden die es kann sein dass der an dass der an nicht das stinkt deswegen deswegen habe ich aber jetzt auch auf items geschlossen wie wer hatte denn vorhin auf items geschossen das passt alles zusammen ok oh ja das könnte höchstens noch zweiter sein nicht nein aber pain hat auf items geschossen pain hat sich mit der golden die gesetz nachdem er wieder geschossen nachdem er respawned ist ja ja dann hast du eine rolle ja nein nein also hallo 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 guck mal was hallo habe ich sie irgendwo oben ok items du böser trader hey ich bin nicht böse doch eventuell habe ich eine taube vorgehen oh man ja ich wollte dir was zeigen ey ja neues messer was ich getrunken trike ja ja das schöne war das schöne das war super strange tauter das war dein zeitkickschuss oder ich glaube mit absicht ich habe mich geschossen achso aber du hast mich gehittet oder wenn du wirklich ein und ein geschossen hättest bei so viel auswahl hey was ist das beste ich habe gefragt du hast nicht gekillt noch ihr nehmt ihn das immer ich nehmt ihn Schmaus 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 ah lauli wo bist du no voll idiot oh nein ich bin tot bei der heiligen weißt du nie wo die action passiert ja ja die hört sich auch überall gleich was hat oli hier gemacht hat sie sich hier den thread haben eingeschmackt lauli ich habe eine plasma er hat nicht mal gedrückt Einmal nie wieder. Wer hat Blauli getötet? Du Schwein, du hast Blauli getötet. Vielleicht? Nein. Wer hat hier Blauli umgebracht? Ich kann euch übrigens sagen, Dalu ist es ja. Rechts Toilette, es sind mehrere Leichen. Ey Blauli, du bist respawned, cool. Paine war... Paine hatte Fade an. Paine hat Fade gehabt. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Leute, mal ganz kurz, Balui war unknown. Nein, Dalu ist ein Traitor. Aber Blauli... Katze, das hat aber gedauert. Das ist nein, ich wollte es den Leuten gerade sagen. Paine war unknown. Nee, Balui war unknown. Blauli war unknown, er steht wieder auf. Er wurde offensichtlich von einem Traitor getötet und ich war unknown. Du wolltest die gerade wiederbeleben in der Ecke. Ja, Mann. Ich hab mit der Science Night beim Hauptrauben umgeballert. Wer ist da? Das war ich. Ich wusste. Wenn du da drin stehst, ist doch so. Da steht einer in der Küche. Geil. Das ist gar nicht so, wer das macht. Weil jeder halt weiß. Wer macht das denn immer? Diese Scheiße. Hey, Alice. Hey, Alice. Hallo. Ich hab Alice erschossen. Alice im Wunderland. Random art. Der Charakter übrigens, die NPCs, die stehen, den geben übrigens ein Credit, wenn du sie als erstes confirms. Echt? Warum stand er jetzt schon? Balui wollte kochen. Oh, ist von Louis gestorben? Dado. Nein! Ja, aber es passt nicht so gut. Es ist Dado. Ja, da hat mit Sicherheit jetzt immer jeder Traitor drauf geguckt oder nicht. Nein, das war Dado. Dado. Kann natürlich sein. Ey, Dado! Was war das denn jetzt? Teleport. Er hat sie teleportiert. Wahrscheinlich irgendwo oben. Das hat sie nicht mal gemacht. Er geht doch gern. Ich bin Underhold. Ich schieße doch einfach nur die Liga. Haltens hat mich erschossen. Was? Ich bin Inno. Was? Ich zeigte gerade Hallo. Hi. Haltens auf. Haltens schießt. Das hab ich nicht. Woll. Das ist ja voll die Lüge. Ach du Explosionen. Bist du wohl. Oh ja, sorry. Danke für die Info. Und was hab ich geschossen dafür? Hä? Ich hab nicht auf dich geschossen. Weg, Maxi. Ich hab, ich hab einen Schuss abverkommen aus der Richtung. Was? Was ist da passiert? Alters ist da aus. Ah, hier. Ich glaube, da hat ihn gemacht. Ne, du hast ihn. Warte, ich rufe. Ja, gib, 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 gib. Ich bin einfach bei den Leichen haben. Mir ist egal, welche. Hier ist da. Gleiche. Äh, äh, äh. Da kann man auch irgendwas über die Gepflogen. Ja, es ist aber einmal was early. Das ist early. Hey, ich bin gar nicht bei euch. Hallo. 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 Das war mal. Was ist da? Kunrat hat eine Taube. Wo bist du? Ich hab mich versteckt. Ich hab mich hier. Ich hab' ihr die Punkte. Ich hab' ihr die Punkte. Das ist wirklich unn underside. Chao. ich habe den bösen angeschossen man sucht doch den richtigen ich bin super der war hier hast du jetzt auto gemacht und dann ist hier noch das hat paint zu recht von und wenn du was anderen oder nein schon bei mir die einzige und julie die einzige die taute anschließt war julie und die der boomerang auf mädere daneben meine foto auf und jetzt sterben alle immer noch ich wollte den jungen wach das heißt dass du rennst weg da hatte ich ein bisschen angst dass du böse bist aus dem hauptraum weg ja das ist das wird aus der hand nehmen das macht mich trotzdem verwirklichen ja ich weiß das kann man hinter der fahrzeuge von den ganzen da sind einfach zu viel lang vor mir her los habe ich gleich alle frau ist confirmed alles andere ist noch unbekannt und jester und so wird auch markiert bleibt also auf jeden fall kann auch als frauen mal umlaufen alles nur kein konfirm kein schweizer da hat er mal abgeräumt aber nicht alle ja du bist du bist stecken geblieben ich glaube die das ist nach hinten durchgegangen dann alle das haben sich hier gestehen aber schon julie auch oder was ich da sich besser im gang die gerade brennen ich meine ich habe ich schaden gekriegt baluidete ja 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 Ich wollte ihn Baluin, oder was? Ich wollte ihn Baluin, nein. Oh, Gottes Willen, Maxi! Ich dreh mich hier dreimal im Kreis auf einmal anders, bitte! Aber kein Balui! Payne, was willst du von mir? Raus, ihr Payne, los! Wie tot bin, war's Payne! Du, der Boss! Ja, das war doch noch was! Ab da! Ab da! Wieso ist Early Tee? Payne hat gesoffen! Jeder, der da reinkommt. Payne, woher weißt du das? Ja, wahrscheinlich kam Payne da rein. Leute, ich glaube, ich muss dich töten, du bist Payne. Er hat doch gerade gesoffen! Ja, womit? Ja, womit? Wahrscheinlich mit seinen Händen. Hey, da ist ein Toter! Du hast du was gefunden? Hallo, bist du böse? Bist du böse? Bist du böse? Slowbo, genau, in der Teefalle! Wo ist die? Hier gleich, hinter der zweiten Kistenreihe, glaube ich. Balui ist mit dem Boomerang gestorben, er fetzt immer noch durch. Ne, sollten wir nicht. Ja, ne, alles. Ja. Ich glaube, Early hängt an dem Boomerang. Jetzt lässt, hallo! Ich glaube, da hängt ja kein Boomerang dran! Der fetzt einfach so! Ja, der hat Bock, oder was? Oh, er ist weg! Early ist durch die, die grauen Zeit! Er ist einfach weg! Ja, du beschuldigst den Dete! Ich sag, ich hab's gefragt! Ja, du beschuldigst den Dete! Nein, ich hab niemanden beschuldigt! Ihr fühlt euch beschuldigt sofort! Ich fragte, was mit euch beiden da los ist, euer Traumpaar! Wenn ihr euch da beschuldigt fühlt, dann seid ihr schuldig! Wir killen like Sly! Die wurde angezündet! Das macht man so mit Ketzer! Die items rennt durch die Traitorfalle! Ah, das ist die Traitorfalle, what the fuck! Das wusste ich nicht! Hier ist jemand tot! Möchte jemand aus dem Toll kommen? Oh shit! Okay, alles klar! Hallo! Hallo hat ein Schaf aus dem Toll fliegen lassen! Und äh... Der andere sieht gut aus! Okay! Was? Ich muss kurz gucken! Ja, Julie, ich call dich mal ganz kurz! Du bist Dete, ne? Hier ist jemand tot! Rufen Sie mich an! Nein, bitte nicht dahin! Nicht callen! Okay, mach das! Maxi müsste noch leben! Ja! Ja, Maxi, haben wir doch gesagt! Den wollen wir! Ja, aber Maxi hat gerade auf mich geschossen völlig grundlos! Das ist nicht gut! Das kommt direkt! Oh, da ist er ja! Das ist nicht, Maxi! Das bin ich! Wow! Und jetzt gibt's noch Balu! 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 Yeah! Ich hab die Runde geholt! Geil! Ja! Du warst zu schnell um mich zu treffen! Ja, ich hatte... Ich bist damit abgeschafft! Ja, ich hatte... Ich bin damit abgeschafft! Arme Julie! Hallo! Ja! Find's gewohnt! Ich bin's gewohnt! Kasse euch! Ja, ich mein, irgendjemand muss es ja tun! Ja! Ja! Ja, aber... Ich hätte Maxi erwischt! Aber du hast noch bis zum Ende erst noch gerockt! Ja, nachdem ich Mauer erschossen, aber wieso... Hä? Nirung Ballern, ey! Meine Diegel hat einen lustigen Grafikmach! Das hat leider ehrlich gehört! Was in mir fällt die Hälfte? Du hast mich vorher gehört! Du hast irgendwie nicht mehr erschossen! Ja, ich hab... Hab wen trinken gehört? Scheibst du da! Und zwei Leichen lagen da! Was soll ich denn denken? Ich will Bohnen spielen! Ah ja! Verstehen Sie doch! Kugel nehmen! Kugel nehmen! Hilfsteller! Nur ehrlich! Ich hab in der Masse gesüffelt! Oh! Nee, das war nix! Ich hab in der Masse gesüffelt! Ich bin noch DT! Ich darf das wohl! Item sagt doch nicht was! Hättest jetzt wohl über Chaos machen können! Das ist aber schwer ey! Aber ich will kein Chaos! Ich will Ordnung! Irgendjemand der Leitern mag! Und ein... Falsche Bahn! Schade! Nehmen wir auf! Ein falsche Bahn! Ein falsche Bahn! Ein falsche Bahn! Was hält sie regelmäßig von Strikes ab! Mann, Mann, trifft mir die scheiß Kugel nicht! Was gerade! Hopp! Ah, da kam jemand! Bing, bing, bing! Die geht durch den ganzen Gang! Die geht durch den... Und die ist von Maru! Nein! Ist egal! Hier hat er den Bumarang! Schaar! Hier Blindness! Hab ihn! Oh Gott, da fickt ein Bumarang rum! Er ist von Maru noch! Ja, ich hab ihn genau gesehen! Ja, ich bin Breach! Es ist Inno! Verdammt! Ja, aber warum? Ja, weil geblendet vor Maru hier das im Gang war! Also, ich bin Inno, okay? Und ich bin Baloubi! Okay! Lauli! Wissen wir jetzt! Die sind Balouli! Bitches! Kann man deine heilen? Ich bin immer... Oh Gott! Oh Gott! Ich hab grad ne Sniper! Oh Gott! Nebula! Ja! Bin ich! Bin ich! Hi Maxi! 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 Was hast du für mich? Ja, das kann auch sein! Ich hab das Ding, was Maru rumgebrochen hat! Den Bumarang! Ja, bitte haben! Ja, aber krieg ich ihn gedroppt oder krieg ich ihn in die Fresse? Sag bitte, bitte! Ich werde dich nicht bitten, mich umzubringen! Ja, war ich nicht! Dankeschön! Du hast den Bumarang mit Flasht! Deswegen bin ich Preacher! Er läuft auch mit so nem Launcher rum! Ja, schon die ganze Zeit! Ich hätte fast auf ihn geschossen! Den Launcher! Hey! Ja, nur fast! Ich hab dann zum Glück noch gesehen, dass du Dete bist! Alter, du bist heimig mal! Äh, okay! Das ist cool über so ne große Distanz hier! Early, was wird das hier? Das sag ich gut! Nehm ich! Mach voll Spaß! Lauli, wenn Dalu böse ist, hab ich ihn grad vollgehalten, ne? War Notwehr! War Notwehr vor allem! Komm schon, Leute! Ich will jetzt noch nen Zug sehen! Er hat meine Katze bedroht! Ich muss kurz gucken, ob meine Waffe nicht gejammt ist! Ich will noch nen Thomas! Ich muss kurz gucken, ob meine Waffe nicht gejammt ist! Darf ich ihn mögen sagen? Ne, aber nicht auf mich! Balouis hinter dir! Wurde vorhin hier jemand erwischt? Ja, da ist gerade jemand feuriot! Early hat gerade Baloui erschossen! Ganz viele Tots! Balouis! Inno! Dalu? Was ist hier passiert? Dalu? Das war ich nicht! Ja, und Early hat gerade Baloui abgeschossen! What the fuck was ist das denn? Ich hab Baloui ab schon mal auf dich geschossen! Ich hab's dir in die Schuhe geschossen! Nein! Ich hab's dir in die Schuhe geschossen! Ich hab's dir in die Schuhe geschossen! Wenn du als Heikiger letztes Leben bist, hast du dich verwandelt! Ich kann mit meiner Piste nicht mehr schießen! Hat ja funktioniert, ne? Ja! Ich glaub Baloui, Leute! Wenn's euch gefallen! Like! Dann lass ich auf einmal raus! Dann wird's gut schaffen! Ciao! 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 Ciao!